Es ist Resistance 3, nur auf der Playstation erhältlich. Es ist die deutsche US Carp 18 Version, die natürlich in Deutschland 100% Uncut ist, wie hier auch steht. Ich habe das Spiel diese Woche bei einem Deal im Internet abgegriffen für 34,99 Euro inklusive Versand, was für ein neues Spiel absolut genial ist. Gehen wir auf die Daten ein. Ein bis zwei Spiele, mindestens 1,5 GB zu installieren, eine Auflösung von 720p in HD, es ist 3D-kompatibel, Netzwerkfunktionen und Netzwerkspiele 2 bis 16. Außerdem ist das Spiel mit Playstation Move-Controlern spielbar. So, dann werde ich das Ganze mal unboxen. Ja, das Ganze hat ein Wendekover, das ist natürlich sehr schön. Die Blu-Ray-Disc, cool gemacht, mit dem Hauptcharakter, denke ich mal, und ein paar Aliens, korrekt. Das Wendekover ohne FSK, ich meine natürlich US-Car-Flatschen. Und hier natürlich die Anleitung, eigentlich eine normale, vernünftige Anleitung mit, alles nicht lügen, 10 Seiten würde ich sagen, Fotos, Wildern, aber in Schwarz-Weiß. Und das riecht so geil neu. Hier nochmal das Wendekover. Naja. Das war das kleine Unboxing zu Resistance 3 für die PS3. Ich bin damit raus, sage, reingehauen, bitte weiterhin kommentieren und abonnieren, würde mich darüber freuen. Peace und danke.